Moin Leute, hier zurück bei Destiny 2 mit dem wöchentlichen Reset und wie man sieht, Lord Saladin ist vom Hof. Das heißt, ja, kein Eisenbanner mehr, sondern diese Woche sind die Prüfungen von Osiris wieder da am Freitag um 19 Uhr. Naja, aber Eisenbanner, wie gesagt, habe ich die erste Rangrückensetzung geschafft, der Rest ist dahingestellt. Aber wie gesagt, PvP ist da eh Kryptonit, ist da eh eher mehr anstrengend als irgendwo spaßig. So, wir gehen jetzt erstmal, würde ich sagen, zu Tess und schauen erstmal nach, was da da so rumfliegt bei ihr. Ja, und vielleicht ist auch was Schönes da. Mal abwarten, mal gucken. Äh, genau, Flashback, Saison der Würdigen ist jetzt hier irgendwie auch noch was Neues da. Äh, da kann man sich einige Sachen kaufen. Kyokrischer Warlock-Paket habe ich schon komplett. Kriegerpaket, das habe ich auch im Besitz. Im Besitz, im Besitz. Das Einzige, was mir fehlen würde, wäre hier einmal würdiger Kriegerpaket. Aber das ist halt echt Geld, ne? Dafür habe ich eine Sache nicht. Nee, da kaufe ich nichts. Das ist auch irgendwie dazugekommen diese Woche. Ähm, hier einmal Sparrow-Trip, hier einmal Geste für 3.250 Glanzstaub. Hui, ja, auch nichts Tolles, viel zu teuer. Dann einmal Reise durch fremde Meere-Schiff für 2.000 Glanzstaub. Das kann man sich vielleicht überlegen. Das hat irgendwie was, ja, ein bisschen so ein... Hat was ein bisschen Stylishes, ja. Das ist schon okay. So Note 3 kann man sich überlegen. Ungesponnenes Schicksal-Teleport-Effekt. 4.250 Glanzstaub hier einmal. Ja, nichts Besonderes. Dann hier einmal der Shader. Geölte, Guss, Zinn, Bronze Shader. 3.000 Glanzstaub einmal. Habe ich auch mal so aussehen mit dem Schad. Dann haben wir hier noch einmal Frühjahrsflut. Fable hier einmal. Shader auch für 3.000 Glanzstaub. Eher was für die Ladies, ja. Also das hole ich mir auf jeden Fall nicht. Nichts für mich. Dann hier noch einmal Square Dance. Hier einmal 7.000 Glanzstaub. Ich kann warten. Geht jetzt nicht mal ein bisschen schneller. Naja, kann man sich vielleicht überlegen. Dann hier einmal Nase zuhalten Geste für 400 Glanzstaub. Ja, so geht es mir auf und zu auch mal. Dann einmal klare Linienhülle, Geishülle für 2.850 Glanzstaub. Geht so. Dann hier einmal Tauwerk Clipperschiff für 2.000 Glanzstaub. Kann man sich vielleicht auch mal überlegen. Aber eher so 3 Minus von der Note her. Weiß Kreuzer Transportmittel für 2.500 Glanzstaub. Ja, ist ja mal richtig 70er, Anfang 80er Style, ne. Irgendwie so ein bisschen wie DeLorean, weil zurück in die Zukunft irgendwie. Dann hier einmal Erinien SV1. Waffenornament für bedingte Endgültigkeit. Für 1.250 Glanzstaub. Die Waffe habe ich gar nicht. Schade eigentlich, dass ich die nicht habe. Sie sieht ganz geil aus so, oder? Passt schon, oder? Ja doch, sieht ganz cool aus. Die hat was, aber die habe ich da nicht. Dann hier einmal, äh... Findest du eine heilige Position, oder was? 1.500 Glanzstaub. Ja, nichts Besonderes. Dann hier Teleport-Effekte. Einmal Pyramidenauftritt hier einmal. Dann einmal hier Minotaurus-Effekte. Und hier einmal noch Erwechs Ankunft. Dann haben wir hier noch einmal wieder... Das haben wir schon gezeigt. Dann haben wir noch sieben Schwestern, einmal der Shader. Ist ja auch noch ganz okay. Dann einmal hier noch Zwielicht, Zwist. Und zum Schluss hier einmal Blutiger Zahn. Ja, es war eigentlich ein bisschen was dabei. Also das Ornament hier, wenn man die Waffe hat, ist gar nicht schlecht, finde ich. Finde ich ganz hübsch. Der Flieger vielleicht noch. Die GIST kann man sich hier beide vielleicht auch noch überlegen. Und sonst hier ist natürlich auch nochmal das andere Schiff hier. Aber der Rest ist dahingestellt. Shader kann man sich ja immer angucken. Aber wie gesagt, es ist immer Geschmackssache. Aber da kann man mal gucken, ob man hier vielleicht noch was gebrauchen kann. Ihr habt dann noch bis nächste Woche Dienstag Zeit, 19 Uhr. Oder davor zumindest Zeit. Das noch zu überlegen, was ihr hier kaufen wollt, könnt, müsst, solltet. Oder, ja, oder auch nicht. So, Benji, gucken wir uns auch mal eben schon alles an. Welche Waffen gut sind oder nicht, kann ich euch gerade nicht sagen. Ich will jetzt einfach mal eben durchgehen. Da haben wir hier einmal diese Woche flüssende Platte, Kampfbogen. Dann einmal Planks Bewegung Maschinengewehr. Hier noch Ausweichplan, Scoutgewehr. Dann einmal Pizzicato 22 Maschinenpistole. Und hier einmal Gallo RR3. Das Scharfschützengewehr. Auf der anderen Seite gibt es auch noch was hier. Persis D-Scoutgewehr. Dann einmal Glissando 47 Scoutgewehr. Dann haben wir hier einmal Plejaden Korrektur Scoutgewehr. Dann einmal Ogma IG6 Impulsgewehr. Dann Marsilion C-Granatwerfer. Und hier einmal Geodetische HSM Schwert. Okay. Ja, wie gesagt, wenn da was bei ist, was gut ist. Wie gesagt, weiß ich gerade nicht. Würde sonst den Rahmen sprengen. Wenn ich das jetzt bei Light.GG nachschauen würde, die Perks. Aber sonst kauft die Waffe, testet die aus. Und sonst packt ihr in den Tresor. Wie gesagt, kein Problem. Wenn ich irgendwas Wichtiges noch weiß, werde ich sowieso nachliefern. Aber aktuell weiß ich gerade nicht, ob da was Gutes bei ist oder nicht. Aber wie gesagt, sonst definitiv bei Light.GG die Perks. Die Werte vergleichen und gucken, ob ihr was gebrauchen könnt. Aber man kann auch mit Waffen spielen, die nicht so wirklich Godroll sind. Also von daher müsst ihr alles mal ein bisschen vergleichen. So, AIDA1 nicht vergessen. Gibt es auch noch ein paar Sachen. Immer diese Beutezüge mit dem hier. Die hier sind. Einfach im Hintergrund laufen lassen. Weil wenn ihr die Beutezüge fertig habt, bekommt ihr einmal hier dann die Synthese. Also Rüstungs-Synthese-Material. Wenn ihr die bekommen habt, wenn ihr die Beutezüge eingelöst habt, könnt ihr die hier in die Weber reinstopfen. Und dann könnt ihr irgendwann Ornamente freischalten. Also auf jeden Fall machen. Immer mitnehmen im Hintergrund laufen lassen. Die Beutezüge kein Problem. Rüstung diese Woche ist hier Tesserakt-Rüstung komplett. Hier gesamt wird 49 schlecht, 50 schlecht, 49 schlecht und 52 schlecht. Also die Werte sind auf jeden Fall schlecht. Material tauscht hier unten noch dunkles Omolon-Shader für 10.000 Glimmer. Ja, hier AIDA hat auch mal noch ein paar Shader. Dann hier einmal noch Bray Innovation. Innovation hier einmal Shader hier für 10.000 Glimmer. Und dann haben wir hier noch einmal Schicksal des Toten Orbits einmal auch für 10.000 Glimmer. Ja, da könnt ihr auch noch mal vorbeigehen, wie gesagt. Nicht vergessen, AIDA-1 gibt es auch noch. So, dann natürlich wichtig, die drei NPCs hier auf dem Turm immer mit acht Beutezüge bedienen, damit man immer mindestens 120 Landstaub von denjenigen gekriegt. Also Zavala, 120 Landstaub gibt es einmal, dann dort Checks und hier beim Vagabund immer die Beutezüge mitnehmen und fertig machen. Definitiv fertig machen, weil auch hier ist einmal, wie gesagt, hier gut ausgeruht, wenn ihr das abgeschlossen habt. Dann habt ihr auch schon mal fünf Season-Ränge oder zugewonnen. Und das geht recht fix, auch wenn ihr natürlich Beutezüge abschließt. Es geht nichts über Beutezüge in Destiny 2, immer noch nicht. So, EDZ haben wir natürlich immer noch, wie gesagt, hier einmal Knoten Override Avanon, immer noch aktiv mit Spitzenausrüstung, wenn ihr Bock habt. Dann haben wir hier natürlich die Helm, wo die meisten Sachen aktuell abgehen, sagen wir es mal so. Die Story geht weiter hier einmal, der Klangenfahrt, ja, der Klingenfahrt geht weiter. Dann haben wir hier einmal Sabatons Säule wieder. Dann haben wir hier natürlich wieder Altäre der Beschwörung, wo ihr dann eure Beschwörungsdinger hier reinstopfen könnt. Hier einmal die Opfergaben, genau, die könnt ihr da reinstopfen, muss ich langsam auch ein paar loswerden, wie gesagt. Da muss ich auch nochmal reingehen, ein paar Sachen erledigen. Gibt es auch noch Triumph, für die erfüllt werden wollen, muss ich auch reingehen, wie gesagt, kein Problem. Neptun haben wir natürlich auch wieder einige Sachen aktiv, da haben wir hier einmal wöchentliche Missionen, ist diese Woche einmal keine Zeit mehr. Hier die Modifiers anschauen, danach einstellen, Team zusammensuchen und rein da. Dann haben wir hier noch einmal, ach, das muss ich auch noch spielen, Enthüllung, Kampagne muss ich auch noch spielen. Hier unten haben wir auch noch hier Schleier-Eindämmung, Story ist das noch einmal. Muss ich auch noch machen, die Wächst-Übergriff-Zone ist aktuell hier diese Woche. Dann haben wir dazu noch Teilbereich Hintertür, gerade hier der Terminal-Überladung AP ist einmal hier in dem Bereich. Wandert jeden Tag um 19 Uhr heute da, morgen hier unten und übermorgen hier oben. Dann natürlich auch immer die Beutenzüge mitnehmen, nicht vergessen. Beutenzüge, Beutenzüge, Beutenzüge. Kopf-Über-Zeitprüfung habt ihr auch noch, wenn ihr einen Bock habt. Also ihr habt auf Netto natürlich noch genug zu spielen. Manchmal auch im Verbund mit Aktivitäten wie Herausforderungen, also saisonale Herausforderungen etc. So, die Vorhut, da haben wir diese Woche einmal den Boost drauf. Das heißt, hier gibt es einmal erhöhte Vorhut-Rangpunkte. Wenn ihr jetzt euren Savala leveln wollt, bis zur Season-Waffe und noch weiter, dann solltet ihr jetzt auf jeden Fall Vorhutsachen spielen und dauerhaft durchgehend spielen. Also nicht irgendwie danach irgendwie, oder zwei Vorhutspiele spielen und dann irgendwie ein Gambit reingehen oder so. Nein, durchgehend spielen. Zwei, drei Stunden durchgehend durchballern, dann kriegt ihr ja mehr Punkte. Das lohnt sich auf jeden Fall mehr, damit ihr eure Reihe da vollkriegt und dementsprechend kriegt ihr dann mehr Punkte. So, Dämmerung ist diese Woche einmal Raubschlagfeld Europa. Okay, da gibt es dann einmal der Schwarm, Maschinengewehr, was droppt. Und diese Woche ist dann halt auch Spitzenreiter aktiv. Ja, Spitzenreiter könnt ihr jetzt auch reingehen. Und zwar mit dem Power-Level, wie viel sind das? 1840? Braucht ihr da ungefähr? Ihr seid, glaube ich, auch gecappt. Ich weiß gar nicht genau, wo ihr gecappt seid. Zudem gibt es auch noch erhöhte Rangpunkte und Dämmerungsprämien gibt es auch noch doppelte. Also im Moment lohnt sich richtig, diese Woche Dämmerung zu spielen, auch auf Held oder so. Ist egal, aber diese Woche lohnt sich jetzt auf jeden Fall Vorhutsachen zu spielen. Definitiv. Und das halt, wie gesagt, durchgehend spielen. Hier, wie gesagt, die Modifiers anschauen und sonst dann mal probieren, ob ihr das irgendwie hinkriegt oder nicht. Und sonst, ja, normalerweise kann ich mir hier auch aussuchen, glaube ich, was ich für eine Dämmerung spielen möchte oder auch nicht. Hm, wie geht das nochmal? Ne, geht gar nicht. Okay, haben sie rausgenommen. Ja, dann kann man hier, wie gesagt, noch Spitzenausrüstung holen, mächtige Ausrüstung etc. etc. Da könnt ihr auf jeden Fall rein diese Woche. Vorhut lohnt sich auf jeden Fall diese Woche extrem. Gambit nichts Neues. Wie gesagt, hier kannst du reingehen und Boyzum mitnehmen und fertig, so ungefähr. Schmelz, die gibt es für ein paar neuere Sachen. Mal gucken. Rumble ist aktiv. Dynamikkontrolle, ja, wenn ihr ein paar Abschüsse braucht. Oder ihr werdet ganz gerne auch mal selber weggeschossen. Da könnt ihr da mal reingehen. Also mit Scoutgewehr zum Beispiel ist es ganz easy. Also easy nicht, aber ist halt ab und zu ein Schuss tot. Schmelz, die Labore haben wir hier, Competitive und hier einmal Kontrolle. Und Vorherrschaft ist hier einmal aktiv. Wie gesagt, am Freitag kommt Osiris wieder. So, bei Legenden haben wir folgende Sachen aktiv. Hier einmal Gläser in der Kammer ist aktiv. Okay. Dann haben wir hier einmal Krotas Ende natürlich. Und hier haben wir, so, Gläser in der Kammer. Alle Herausforderungen aktiv, genau. Alle Herausforderungen aktiv. Hier bei Krota gibt es noch keine Herausforderungen. Und hier Vorzeichen haben wir diese Woche auch. Ich weiß gar nicht, ist das eigentlich auch mit irgendwas implementiert hier. Erzähl mal eines Toten gibt es da natürlich. Saison 17-Premien, ja okay. Ja, da könnt ihr natürlich auch noch reingehen. Wie gesagt, immer Beute-Zuge mitnehmen. Immer Beute-Zuge mitnehmen. Nicht vergessen. Mutproben die Ewigkeit diese Woche einmal. Natürlich, wenn dann auf Legendär. Sonst nutzt sich das ja überhaupt nicht. Runde 1 Kabale, Runde 2 Besessene und Finale Runde Krota. Hier die Modi-Feier jetzt anschauen. Danach einstellen und reingehen mit einem guten Team. Wie gesagt, könnt ihr über die App auch suchen. Weil die Destiny 2 App, also die stinknormale Destiny 2 App, könnt ihr halt eben auch hier dann ein gutes Team zusammenfummeln. Träumende Stadt ist auch noch was aktiv. Und zwar ist es einmal hier der zerbrochene Thron. Einmal diese Woche im Zyklus der Dungeon, wo ihr Spitzenausrüstung bekommt. Und sonst haben wir hier aktuell auch den verlorenen Sektor hier aktiv. Im Kosmodrom. Und zwar ist es einmal Exos Garten 2a. Kann man ganz gut spielen, denn droppt im Moment der Kopfschutz, wenn ihr da reingeht. Wie gesagt, hier bekommt ihr halt eure Exosammlung voll. Wenn euch noch ein paar Sachen fehlen, könnt ihr die hier farmen. Aber die droppen nicht jedes Mal, sondern ihr könnt auch eventuell fünfmal reingehen. Oder sechsmal reingehen und droppt es immer noch nicht. Dann bleibt man siebenmal. Aber das habe ich schon oft noch Videos aufgenommen. Also von daher sollte man das mittlerweile eigentlich auch wissen. So, da haben wir hier natürlich noch einmal die Sektor. Zwei. Meistere das Licht, indem du Kämpfer mit Leere, Akkus oder Solarschaden besiegst. Erhalte Bonusfortschritt, wenn du Kämpfer mit folgenden Fokusfähigkeiten beeinflusst. Okay, Schwächen, Aufschrecken, Entzünden. Die letzte Ölung hier einmal. Erziele Fähigkeiten, Tote Stüsse in Saison der Hexeaktivität hin. Dann Kurzdistanzkalibrierung, Kalibriere Kurzdistanzwaffen, Pistolen, Maschinen, Pistolen, Schruflitten, Bläfen und Schwerter. Es gibt Bonusfortschritt für das Besiegen von Hütern. Dann Vergessene Macht hier einmal. Schieß eine mächtige Begegnung in den Ältären der Beschwörung ab. Und besiege Kämpfer mit dem Schadenstyp, der deinem Fokus entspricht. Okay. Dann Beutezug, Beschwörer, schieße während der Saison der Hexe tägliche Beutezuge ab. Dann hier einmal Spitzenreiter, schieße in einem beliebigen Dämmungsstrike auf der Spielgangsstufe Spitzenreiter ab. Ja, da haben wir natürlich alles wieder dabei. Ja, definitiv. Wie gesagt, ihr könnt auch die vorigen Wochen noch alle fertig machen. Ich lasse es immer so nebenbei laufen. Und irgendwann löst ihr halt ein, wenn ich einen Teammate joinne. Wie gesagt, mit geteilter Weisheit nutzt sich das ein bisschen besser. Meine Beutezüge hol ich mir eben kurz raus. Obwohl man das eigentlich erst machen sollte, wenn man einen Teammate gejoint. Weil es, wie gesagt, geteilte Weisheit aktiv ist. Ich mache es jetzt trotzdem mal eben, weil, wie gesagt, hier ist das Ding hier eh aktiv hier. Gut ausguckt, deswegen ist es auch so okay. So, das soll es, glaube ich, gewesen sein. Ich glaube, ich habe jetzt hoffentlich nichts vergessen. Ich hoffe es zumindest. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Und sonst, ja, viel Spaß beim Zocken. Und, ja, sonst gucken wir in die Videobeschreibung. Die Infos kommen alle von meinem MMO. Und sonst, ja, muss die Story noch spielen. Das mache ich morgen. Und jetzt gehe ich ja erstmal in den Feierabend. Und danke fürs Zusehen, reingehauen, bis zum nächsten Mal. Euch viel Spaß diese Woche beim Zocken. Und wir hören uns. Danke für den Support. Tschüss.